Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung und wenn du dich fragst, wo das Wandbild ist, dann zeige ich dir das jetzt. Ganz wichtig noch, ihr müsst natürlich den Nissan fahren von 1990, den Nissan Pulsar und dann portet ihr euch hier an die Kreuzung und fahrt einfach die Straße ein paar Meter runter. Und da kommt sie auch schon. Dann gehst du in den Foto-Modus, machst ein Foto und schon ist die Aufgabe abgeschlossen. Wenn dir das Video geholfen hat, lasst gerne ein Abo da, damit hilfst du mir mit meinem Kanal und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.